Für den nächsten Trick brauchen wir einen mutigen Freiwilligen aus euren Reihen. Wir wollten immer schon mal auf die Bühne. Bitte einmal melden. Alle Hände nach oben. Da sehe ich 1, 2. Sehr, sehr gut. Wer möchte auf gar keinen Fall auf die Bühne bitte auch einmal melden. Auf keinen Fall. Darum sind es genau die gleichen wie vorhin. Wer möchte auf die Bühne oder nicht, es ist ihm total egal. Hauptsache die Show geht weiter. Bitte auch einmal melden. Auf 1, 2. Sehr, sehr gut. Der Rest enthält sich. Da haben wir recht. Die Auswahl. Wen nehme ich denn da? Hier. Hallo. Komm zu uns. Tiersohn. Ein riesen Applaus für Tiersohn. Tiersohn. Warte, 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 warte. Sicherheitsgefahr. Sicherheitsgefahr, ja. Arbeitsschutz, ja, das muss sein. Warte, dass ich sie das nicht sehe. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Seid ihr bereit? Oh mein Gott. Wow. Cool. Das war gut. Das erste Mal, ne? Das hast du wirklich super gemacht. Klasse. Der nächste Trick hat zu manchen Artisten schon das ein oder andere Auge gekostet. Drum fängt mein Kollege ein tosen Applaus. Toll, ne? Zu gefährlich, zu beleid. Den würde ich auch nicht machen. Nein, du weißt, was das jetzt mal passiert ist, mach ich nicht. Too dangerous. Mach ich nicht. Komm, 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 komm. Oh, eine schöne Nummer hier. Dann muss ich wohl etwas machen. Oh, kurz, oh, kurz. Alles gut, ich bin doch schockt. 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 Ich bin doch schockt. Alles gut, ich bin doch schockt. Oh mein Gott. Ja. Oh. 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 Nein.